Vor dem Landgericht Kassel hat der Prozess gegen drei Männer aus Hessisch-Lichtenau und Großalmerode begonnen. Sie sollen im Juli vergangenen Jahres an einer Grillhütte einen 38-jährigen Familienvater aus Hessisch-Lichtenau erschlagen haben. Die Anklage geht von einem gemeinschaftlichen Mord aus. Sollte das Gericht dieser Auffassung folgen, dann droht allen drei Angeklagten die Lebenswandel-Freiheitsstrafe. Doch bevor der Prozess richtig beginnen konnte, war er zumindest vorerst auch schon wieder vorbei. Der Anwalt eines Angeklagten, der Bonner Jurist Mutlo Günal, hier links im Bild, hatte kurz vor Verhandlungsbeginn einen Befangenheitsantrag gegen die gesamte Kammer gestellt. Begründen wollte er dies nicht. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.